Wir haben jetzt das Finale. Montaxa gegen Anders. Anders braucht ein Spiel, um das Turnier zu gewinnen. Und Montaxa braucht zwei Spieler. Montaxa, you need two games and Anders need one game to win. Wie waren eigentlich die Wetten bei euch? Ich bin gespannt. Im ersten Spiel, also, wo die das erste Mal aufeinander getroffen haben, hat Anders 2-1 gewonnen. Jetzt ist quasi die Revanche. Und vorhin. Oh, Montaxa. Oh, Montaxa. Geht in Führung. Preispolis. Der erste bekommt 165, der zweite 80. Warte mal, aber Anders. Oh. Oder keine Ahnung, Janik. Der hat irgendwelche Gummifinger, wie der da alles macht. Kein Plan. Oh. Montaxa 2-0. Man muss echt sagen, Montaxa spielt gerade richtig, richtig gut. Anders, null Schüsse. Oh. Boah, Bruder. Und das ist aber auch anders. Der braucht halt nur eine Chance. Der braucht nur eine Chance und macht das Ding auch direkt. Wie gut das aber war. Boah, Bruder. Was hat er da vorgehabt? Wenn das geklappt hätte, Bruder. Dieses Player-Switching von Anders ist so krank, Digga. Der prediktet immer alles richtig gut gut. Aber warte mal jetzt hier. Montaxa. Montaxa, maybe game. Montaxa. Upside. Boah. Last chance. Before we start the next game. Oh, mein Gott. Und Montaxa gewinnt das erste Spiel. First leg an Montaxa. So, we have another last game for today. So, Pinar jetzt. Der Gewinner jetzt ist der endgültige Sieger von dem Turnier. Es war ein langes Turnier. Ich bin jetzt seit 5,5 Stunden live. Und jetzt entscheidet, wer das gewinnt, gewinnt das Turnier. Montaxa geht aber in Führung. Montaxa geht im Finale in Führung. Und das wäre krass. Er musste im Loser-Breaket zweimal gewinnen. Und jetzt führt er wieder. Also jetzt bin ich gespannt. Boah, was ein Pass. Bruder, was war das für ein Pass? Ja, Mann, Lefty. Der spielt echt... Der ist echt crazy gerade. Aber... Anders braucht nur eine Chance und dann... Oh, was ein Pressing. Aber warte mal hier. Montaxa. Montaxa. Montaxa mit dem Tor. Das ist der Wahnsinn. Ein Pass. Das ist der Stream-Optline. Disconnect. Das ist der Stream-Optline. Hey, warum... Warum passiert sowas im Finale, Mann? Ganze Zeit. Eine Ewigkeit später. Wir haben jetzt aber noch ein zweites Problem. Es ist ja nicht schon, dass das das Problem ist. Das zweite Problem ist, der Herr aus Italien kommt nicht mehr in sein Internet rein. Oh, Bruder, was? So, habt ihr gehört? Jasmine hat gesagt, Montaxa hat noch 5 Minuten Zeit. Also bis 30 Minuten Zeit. Sollte Montaxa nicht antreten, hat Anders durch einen Death-Rin gewonnen. Sollte Montaxa nicht antreten, hat noch 5 Minuten Zeit. Sollte Montaxa nicht antreten, hat noch 5 Minuten Zeit. Sollte Montaxa nicht antreten, hat noch 5 Minuten Zeit. Sollte Montaxa nicht antreten, hat noch 5 Minuten Zeit. Sollte Montaxa nicht antreten, hat noch 5 Minuten Zeit. Sollte Montaxa nicht antreten, hat noch 5 Minuten Zeit. Sollte Montaxa nicht antreten, hat noch 5 Minuten Zeit. Sollte Montaxa nicht antreten, hat noch 5 Minuten Zeit. Sollte Montaxa nicht antreten, hat noch 5 Minuten Zeit. Sollte Montaxa nicht antreten, hat noch 5 Minuten Zeit. Sollte Montaxa nicht antreten. Bis zum nächsten Mal.